hallo welt da sind wir wieder ich glaube wir sind hier schon richtig in dem institut in dem wir vielleicht die heilung und das heilmittel für anna finden wir haben irgendwie den strom eingeschaltet und hoffen dass wir jetzt hier durch irgendwelche verschlossenen türen kommen oder vielleicht können wir mit dem aufzug fahren naja hier unten war doch nichts meine ich aber vielleicht dadurch dass wir den strom eingeschaltet haben vielleicht geht dadurch irgendetwas auf jetzt da ist doch was die türen sind nach wie vor zu so Untertitelung des ZDF, 2020 Wir gehen wieder zurück. Da weiß ich schon, dass wir wieder zurückgehen. Ach man, man, man. Warum sagt mir das denn keiner? Liebe Welt da draußen. Ich muss doch hier nur auf die Karte mal gucken. Ja, wir sollen nicht wieder zurückgehen. Der Weg war schon richtig. Das Krankenhaus war schon richtig. Und zwar das Institut. Endlich bin ich angekommen. Die Reise über 1000 Kilometer könnte in einem weiteren Vorhaben enden. Ich muss das Labor finden. Wenn Anna mit dem Medikament aus dem Gebäude gerettet werden kann, dann werde ich dort suchen müssen. Ganz genau. Das Labor. Ja, eigentlich brauchen wir jetzt keine Waffen. Im Moment. Leider haben wir aus Versehen auf den Gorilla geschossen, der hier rumläuft. Und jetzt ist er natürlich sauer auf uns. Vielleicht wäre der auch so sauer gewesen. Jetzt haben wir ein Ziel. Finde das Labor. Da hustet doch jemand. Da hustet doch jemand. Da ist er, ist er noch etwas. Oh, was 만나 vermutlich müssen wir doch wieder raus zu dem king kong hafen ach was wir haben gar keine mehr wie kommt das das ist alles falsch es tut mir leid ja 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 Das hier ist nicht das Labor. Das ist der Vorführraum. Das scheint mir auch nicht das Labor zu sein. Das ist der Vorführraum. Das ist der Vorführraum. Das hier ist doch auch kein Labor. Wollt ihr da rein oder raus? Na, vielleicht war ich immer nur übel. Ja, ich glaube, das hier könnte der Weg zum Labor sein. Was ist los? Tut mir leid. Labor. Vielleicht. Nein. Nein. Wohl doch nicht. Nein. Oh, 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 oh. na so weit oben das sieht man aus wie der maschinenraum nicht wie das labor so viel strahlung ok das mit den kindern können wir vergessen es sei denn wir wollen mehrköpfige kinder haben okay ach der anzug ist so schwer kann nicht richtig springen anna was machst du hier wie wirst du angezogen anna das ist gar nicht an nein wir kommen zu spät ich wollte sagen king kong dann ist mir aber was anderes rausgekommen tut mir leid na war da jemand wieder so am schlummern ein wenig sind wir nicht falsch das ist eine wenn er uns nicht bald treibt dann finden wir das nie das labor da was soll das bedeuten jetzt noch eine nein das ist der lieferschein hier unten den brauchen wir wichtig container lieferstatus 11 liter strahlenschutzstoff 3000 packungen hauptquartier des zivilschutzes novo sibirsk verschickt 58 liter strahlenschutzstoff 5000 packungen hauptquartier des zivilschutzes moskau versand bevorstehend bevorstehend 59 liter strahlenschutzstoff 5000 packungen hauptquartier der luftabwehr moskau versand bevorstehend 80 60 nein was denn jetzt 60 liter strahlenschutzstoff 5000 packungen strategisches kommando moskau versand bevorstehend 61 liter strahlenschutzstoff 5000 packungen innenministerium moskau versand bevorstehend 144 liter ai 1500 600 stück basis 1878,2 ausgeliefert 09 strich es renne geran 11 expo 4 mittlerer osten lieferung storniert das hilft uns nicht weiter aber dieses ai das könnte das doch sein dass wir brauchen da ist es fast nicht ganz das wir sind unterwegs aber wir kommen hier wir kommen nicht durch ok dafür hat uns schon gejagt damit wir schneller dadurch was denn echt jetzt ihr seid alle so gefroren kalt pass auf mit einer hand rechte nicht ab brechtet nicht ab ok ha ha na alles klar ok ein eiskreis weiter geht's vorsicht anna anna oh nein ich glaube ich muss mich übergeben ehrlich gesagt wird mir ein wenig übel gerade da oben ist er wieder wie ist er so schnell herunter gekommen schnell weg auto das sind mehr das ist das ist nicht nur einer die sind zu fehlen hier können wir uns erschnüffeln das geht nicht es funktioniert nicht ich wollte da entlang schön geschickt das ist doch schon an das ist doch schon an da geht es nicht zurück wo treibt er uns hin der will nicht dass wir hier unten sind wir sollen rauf hier oben sollen wir auch nicht hin ok da drauf springen bringt gar nichts immer wieder landen wir hier zurück geht es nicht hier sind die offenlos und hier kommt er nicht rein was sagt unsere karte wir sind hier richtig wir sind hier richtig halt du kommst hier nicht rein du kommst hier nicht rein ist denn hier nicht irgendwo das mittel wir suchen das mittel hier er macht die tür auf ich verstehe warum sind die so sauer wir haben nur einmal geschossen und das aus versehen hallo sind wir wieder hier wer hier das mittel hätten wir das doch schon längst gefunden oder sollen beschießen also auch ein affe kann ich so viel aushalten also erschießen sollen wir sie nicht das glaube ich nicht das ist so ähnlich wie mit dem bären die kann man gar nicht erschießen ja gut liebe welt da draußen ich hätte gedacht wir schaffen es vielleicht in dieser folge das mittel zu finden doch wie man sieht tun wir uns das schwer vielleicht sind wir auch schon vorbei gelaufen irgendwie sieht mir das hier nach labor aus alles und es ich es ich 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 Das war's. Ja. Labor. Vorsicht. Hey, ich war zuerst hier. Ich habe das Labor gefunden. Ja, dann also in der nächsten Folge suchen wir weiter. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.